Wie fällt dein Fazit aus, wenn du die erste Halbserie betrachtest? Ja, ich denke, im Großen und Ganzen können wir mit der Hinserie recht zufrieden sein. Wir haben 13 Punkte. Aktuell, wenn ich mich nicht, eure sechs Punkte vorsprung vor dem Abstiegsplatz. Ich denke, damit kann man vorerst zufrieden sein. Wir haben noch ein Spiel morgen gegen die Rhein-Neckar Löwen und noch schon zwei Rückrundspiele. Davon ist eins zu Hause gegen Hannover. Da spielen wir in der Porsche Arena. Ich denke, die Vergangenheit hat gezeigt, dass das ein gutes Pflaster für Baling ist. Ich selbst durfte es mit Lemko letztes Jahr am eigenen Leib erfahren. Da haben wir zu keinem Zeitpunkt eine Chance gehabt. Deswegen rechne ich mir dieses Jahr noch ein, zwei, vielleicht drei Pünktchen aus. Die Hinserie, wie gesagt, denke ich, ist mit einem sehr schwierigen Start begonnen. Mit der Heimniederlage gegen Wetzlar und mit der Auswärtsniederlage in Hannover. Zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, dass die Überraschungsteams der Liga sein werden. Deswegen ist das jetzt eigentlich verkraftbar. Ich denke, wir haben auch für ein paar Überraschungen gesorgt. Wir haben unsere Klasse teilweise aufblitzen lassen in den Heimspielen mit den Siegen gegen Göpping, Gummersbach, Großwaldstadt, Lemko. Auswärts mit der wirklich, wirklich süßen, mit den süßen zwei Punkten in Nettelstedt. Das habe ich so noch nie erlebt, wie eine Truppe mit derart Verletzungssorgen und sechs verletzten Stammspielern groß auftrupfen kann. Ich denke, damit haben wir so ein bisschen auch die Niederlage in Neuhausen wettmachen können, die für uns alle auch schmerzhaft war. Aber wir haben den Balinger Tugenden nochmal, wie soll ich sagen, haben uns nochmal auf die Fahne geschrieben, nochmal mehr. Und wir hatten fast keine Chance, die haben wir versucht zu nutzen und das ist uns gut gelungen. Ich denke, diese Spiele sind auch ein bisschen Sinnbild für die Saison. Wir hatten viel Verletzungssorgen, haben uns aber nie unterkriegen lassen, haben immer das Bestmögliche aus unserer Situation gemacht. Haben gekämpft, haben das Optimum versucht rauszuholen und ich denke, das ist uns mit den aktuellen 13 Punkten ganz gut gelungen. Du hast es bereits angesprochen, die Verletzten-Miserie der letzten Wochen, Monate, letztendlich sechs Verletzte. Es kommen einige in der Rückrunde vielleicht dazu. Ich muss abwarten nach langer Verletzungspause, wie sie sich wieder einfügen. Es stand oftmals auch in dieser ersten Halbserie jetzt die Aussage, es wäre mehr drin gewesen. Knapp vorbei ist auch vorbei. Jetzt zuletzt in Melsungen knapp verloren, im Pokal dran gewesen. Neuhausen das Spiel, Wetzlar knapp verloren. In Berlin nicht zu vergessen, kurz vor Schluss eben den Punkt noch verloren. Rechnen wir hier 50 Prozent dazu, könnte der HBW weit, weit mehr oben stehen. Wie siehst du es realistisch jetzt, wo wir sind oder sagst du, naja, unglücklich, wir sind eigentlich zu schlecht, Deiner Tabelle? Also man sieht, wie stark diese Liga ist. Ich hätte mir auch mehr versprochen, gerade im Pokal jetzt am Wochenende oder unter der Woche in Melsungen und auch dieses Bundesligaspiel in Melsungen. Ja, aber Melsungen hat jetzt, glaube ich, eine 16 zu 2 Punkte Serie hingelegt, haben den THW Kiel geschlagen. Deswegen war das schon ein bisschen Träumerei, im DHB-Pokal dort weiterzukommen. Die stehen nicht umsonst auf Platz sechs, wenn ich mich nicht irre. Und wir sind 13. glaube ich, das ist schon nochmal eine andere Dimension. Ich sage, im Heimspiel hätten wir vielleicht den Bock umstoßen können, auswärts bei einer Mannschaft, die acht Spiele in Folge nicht verloren hat und dann den THW Kiel schlägt. Da muss schon alles passen. Das hat es sowohl am Mittwoch und am Samstag nicht. Die Melsungen haben verdient gewonnen, was im Nachhinein schade ist, aber auch wirklich verdient. Und ja, wie eben schon mal erwähnt, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben eine wirklich gute Mannschaft. Wir haben teilweise echt Spiele abgeliefert, wo keiner mit gerechnet hätte im positiven Sinne. Sicher haben wir auch ein bisschen was liegen lassen, aber bei Spielen jetzt in Berlin zum Beispiel, das wäre eine Sensation gleichgekommen. Also die haben dann vier Wochen später oder zwei Wochen später den THW Kiel nach über einem Jahr den ersten Punkt abgenommen. Und ja, das ist im Nachhinein ärgerlich, dass wir da eventuell nicht einen Punkt mitnehmen konnten oder auch zwei, die wir, einen hätten wir bestimmt verdient gehabt. Aber nichtsdestotrotz sind wir auf einem guten Weg. Wir haben, wie gesagt, 13 Punkte, sechs Punkte Vorsprung. Wir haben noch drei Spiele jetzt im Kalenderjahr 2012. Und ja, mit der Rückkehr von Roland Schlinger jetzt ist schon ein Faktor dazugekommen, der uns den ein oder andere, das ein oder andere leichte Turm mehr, ja, das ein oder andere Turm leichter fällt. Und der kann ein leichtes Tor werfen. Und deswegen denke ich in der Rückserie, wenn unser Kapitän Wolfgang Strobl zurück ist, wenn Mario Wuglack als Linkshänder im rechten Rückraum für Entlastung sorgen kann, wenn Fabian Gutbro zurückkommt, ja, dann können wir noch für Furore sorgen. Nichtsdestotrotz wollen wir die Kirche im Dorf lassen und sagen, wir sind Empfindungsprozess, wir müssen von Verletzungen verschont bleiben. Und dann ist Hauptziel immer noch der Klassenerhalt. Ich denke, wir haben ruhige Weihnachten vor uns jetzt erstmal und dann schauen wir, was nach der Pause letztendlich dann noch zu machen ist. Wenn du die Tabelle nun anschaust, du als erfahrener Bundesligaspieler wirft ja einem erstmal so der Schein entgegen und sagt, Mensch, Traditionsvereine, lange Jahre der Liga zugehörig hinteren Tabellendrittel oder sogar Tabellendrittel. Schlusslich, Tusem Essen, mehrfacher Meister gewesen, früher in Großwaldstadt hängt hinten drin, Gummersbach, Lemko ist nicht weit weg von hinten oder in den Bereichen, wo wir auch stehen. Wie beurteilst du die Situation, wenn du die Liga anschaust? Ja, die Liga tut immer nach außen hin, dass sie die stärkste Liga der Welt ist. Das ist sie. Wir haben Überraschungsmannschaften mit Hannover, Melsung und Wetzlar ganz weit vorne. Die von dir angesprochenen Mannschaften stehen relativ weit hinten. Ja, da kann mittlerweile jeder jeden schlagen. Man sieht, der TLW Kiel hat zu Hause gegen Melsung verloren, danach knapp gegen Wetzlar nur gewonnen. Und ja, Tradition hin oder her. Naja, es ist immer noch, der Sport bleibt interessant. Es kommt darauf an, wie fit die Spieler sind. Jetzt war ein Olympia-Jahr und die Vorbereitung ist enorm wichtig. Ich war auch drei Wochen verletzt in der Vorbereitung. Das habe ich in den ersten zwei, drei Spielen auch gemerkt. Und wenn man einfach, man hat 14 Spieler, das ist nicht so wie im Fußball. Bei uns ist es dolle auffällig, wenn im Fußball jemand krank ist oder eine Verletzung hat, dann wird er halbwegs gleichwertig ersetzt im Handball. Wenn da einer wegbricht, dann kann das schon über Sieg und Niederlage entscheiden. Und so Mannschaften wie Lemko zum Beispiel oder auch wir, Gummersbach, da sind Spieler weggebrochen, die kann man nicht so einfach ersetzen. Und deswegen ist das Tabellenbild relativ einfach zu erklären. Das heißt trotzdem nicht, dass es am Saisonende so ist. Das ist jetzt eine Momentaufnahme. Wenn die gesunden Spieler zurückkommen, dann kann sich das auch ganz schnell ändern. Und wenn man auf einer Erfolgswelle schwimmt, so wie Wetzlar, Melsing, Hannover jetzt, ist das auch alles schön. Man spielt mal so einen lockeren Ball weg und man muss sich um nichts Sorgen machen. Aber man hat letztes Jahr auch gesehen, Wetzlar hatte auch eine gute Mannschaft und haben bis zum Schluss um den Klassenerhalt gekämpft. Also Handball oder der Sport allgemein ist immer noch sehr schnelllebig. Man ist abhängig vom Gesundheitszustand der Spieler. Und jetzt ist eine WM-Pause. Und ich denke, die Mannschaften, die nicht so viele Nationalspieler abstellen werden im Januar, die kommen auch nochmal gestärkt und angriffslustig aus der Winterpause. Stichwort Nationalmannschaft, WM. Die letzten Wochen waren voll mit Diskussionen über Absagen, Gründe hier oder Gründe da, Enttäuschungen vom Bundestrainer über Spielerabsagen. Du hattest jetzt zuletzt auch einen Lehrgang mit der Nationalmannschaft wieder, bist im Kader mit, zumindest im vorläufigen Aufgebot. Wie siehst du die Nationalmannschaft momentan? Wozu wird sie in der Lage sein bei der Weltmeisterschaft? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, da uns Lars Kaufmann und Holger Glahndorf sehr fehlen werden. Für mich sind das zwei der prägenden Spieler der letzten vier, fünf Jahre im deutschen Handball. Man sieht, was sie trotz Verletzungen teilweise in der Lage sind zu bringen für ihren Heimatverein. Dazu muss man abwarten, wie Sven Christoffersen zurückkommt nach seiner Verletzung. Gut, das ist so, darüber haben wir schon mal gesprochen. Der Handball ist ein sehr dynamischer Sport, sehr Zweikampf betont. Deswegen bleiben Verletzungen nicht aus. Nichtsdestotrotz glaube ich nach wie vor an dieser Mannschaft. Ich war jetzt im Juni dabei bei der WM-Quali. Da sind wir über uns hinausgewachsen, hier in Stuttgart gegen Bosnien. Haben uns dann im Rückspiel nicht mit Ruhm bekleckert. Das war so ein kleiner Warnschuss für alle. Leider haben wir nicht zeitig genug mitbekommen mit der Niederlage gegen Montenegro. Haben uns dann gegen Israel gerade so ein Ziel gerettet mit den zwei Punkten. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir haben viel Potenzial, müssen es einfach nur abrufen. Ist leichter gesagt als getan, aber nichtsdestotrotz glaube ich an diese Mannschaft. Wir haben eine wahnsinnig gute Hierarchie, Harmonie miteinander. Wir mögen uns alle, wir würden alle füreinander kämpfen. Ich bin sicher, die Frauen haben es jetzt vorgemacht mit einem guten siebten Platz. Ich bin sicher, dass wir da anknüpfen können und werden und den deutschen Handball wieder halbwegs auf den richtigen Weg bringen können. Eine deutliche Aussage, die wir so gerne stehen lassen. Ich denke, das waren Antworten auf der breiten Front, die lassen wir so stehen. Und haben jetzt noch drei Spiele, wie du gesagt hast, im alten Jahr vor der Brust. Morgen ein Derby oder jetzt ein Derby gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Dann eine ausverkaufte Porsche Arena mit Hannover. Ich denke, das wird nochmal ein Riesenerlebnis auch für den HBW. Dann geht es noch nach Wetzlar und dann heißt es Pause für viele. Für dich leider Gottes oder Gott sei Dank Weltmeisterschaft. Auch dir hier alles Gute. Verletzungsfreie Rückkehr dann zum HBW. Ihnen an dieser Stelle schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr. Dankeschön.